So, wir testen heute die neuen Aquamenta-Sorten, beziehungsweise die eine neue Sorte, den Red Nebula und den Phanex. Ich meine, der Phanex müsste die Neuauflage vom Exotic sein, bin mir aber nicht ganz sicher, gucken wir aber auf jeden Fall gleich nochmal nach. Die zwei testen wir aber heute und gucken mal, wie die sind. Red Nebula ist Erdbeere und von Erdbeere gibt es nicht viele gute und umso größer ist natürlich die Hoffnung, dass der gut ist. So, wir haben aber nicht nur einen neuen Aquamenta-Tabak, sondern wir haben auch einen neuen ATH-Kopf, beziehungsweise neu ist ein bisschen weit hergeholt. Es ist ein ATH-Modell S, aber es gibt auf jeden Fall neue Designs und den, beziehungsweise das Design, gucken wir uns einfach mal an. Erstmal haben wir wieder hier dieses Siegel mit dran, ne, fangen wir den mal aus. Ich mache dieses Band an und sage, packen wir den mal aus. Zack, krass ausgepackt. Okay, aber so sieht der aus. Eigentlich echt ein geiles Design, oder? Was sagt ihr? Ich glaube, der ist tatsächlich, der ist irgendwie so semi-glazed. Also unten ist er auf jeden Fall nicht glasiert. Aber da sieht man auch, dass das echt eine schöne Tonfarbe ist und das Muster finde ich auch wirklich geil. Man kann auch Köpfe rausbringen, die nicht 1 zu 1 nach dem Oblaco aussehen, die schön sind. Toll, das mag ich. Vom Depot her ist der allerdings relativ ähnlich zum Oblaco M. Wir werden als erstes den Aquamenta Phanex testen. Da müssen wir gleich nochmal im Internet gucken, wonach der riechen soll, beziehungsweise wonach der schmecken soll. Ah, okay. Neto schreibt es gerade. Also Phanex soll sein, exotischer Früchte-Mix aus Maracuja, Orange, Pfirsich, Zitrone und Beeren-Mix. Wir schnappen uns hier ein bisschen Tabak. Er ist, ich habe das Gefühl, er ist flacher geworden. Und entweder kommt er mir deswegen breiter vor, aber sehr schönes Depot. Also von der Depotform gefällt er mir extrem gut. So, wir schnappen uns immer ein bisschen Tabak auf die Gabel. Streichen die ins Köpfchen. Ich versuche das gar nicht so sehr anzudrücken. Ich streife das dann nur so rein. So, da hinten vielleicht noch ein, zwei Tabakblätter und hier vielleicht noch eins. Das sieht von der Menge her schon mal gut aus. Ich habe zufälligerweise den Hyphen hier stehen. Und von der Größe und Tiefe ist es schon ähnlich, nur dass der Hyphen halt diese sehr eckige Depotform hat. Und beim AQM, beim Aquamenta oder beim ATH-Kopf, stimmt. Ah, das ist auch nicht der ATH-Modell S. Das ist der AQM-S. Also ist es vielleicht doch ein neues Modell. Wild. Wir müssen noch ein bisschen verteilen. Das sieht noch sehr chaotisch aus hier. Also ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass der extrem geil riecht. Jetzt weiß ich auch, warum ich an Fanta denken musste. Wahrscheinlich wegen der Orange, die dann eher so in so eine Orangen-Fanta-Richtung geht. So sieht das Köpfchen aus. Zwei Flocken Tabak, zu wenig drin. Kann schon nichts werden hier mit dem Kopf. Wird nicht schmecken. Ist einfach klar. Ganz leicht über den Rand drüber. Sollte also sehr gut Kontakt haben. Und ich denke farblich passt hier eher zu als ein Iris. So, wir riechen mal an der Dose vom Fanex. Drinne sein soll Zitrone, Orange, Maracuja, Bärenmix, Kühle. Das soll drinne sein. Wir riechen mal dran, was wir rausriechen. Ist auf jeden Fall ein sehr geiler Mix aus süß und sauer. Für mich früchtemäßig am krassesten am Start immer noch Maracuja und Pfirsich. Soll übrigens der alte Exotic sein. Also der alte Fanta Exotic. Der heißt jetzt einfach anders. Vielleicht dürfte man Fanta nicht mehr benutzen oder so. Oder Exotic. Vielleicht war das schon zu fruchtmäßig. Deswegen heißt er jetzt Phanex. Geschmacklich. Beziehungsweise erstmal Rauchentwicklung, bevor wir zum Geschmack kommen. Aber Rauchentwicklung würde ich sagen. Mehr als okay. Geschmacklich. Er ist deutlich weniger süß. Er ist frischer. Also die Frische hat man auf jeden Fall nicht so rausgerochen. Schmeckt man aber definitiv raus. Von den Früchten merkt man ein bisschen weniger als im Geruch. Nicht verwunderlich. Passiert oft. Ich finde jetzt kommt die Orange besser durch. Das heißt es wirkt so ein bisschen wie eine Orangenlimonade. Wir haben auf jeden Fall diese Exotic Vibes mit der Mango am Start. Pfirsich ist aber im Geruch wirklich sehr dominant gewesen für mich. Im Geschmack geht der Pfirsich ein bisschen in den Hintergrund. Allgemein ein leckerer Tabak. Aber definitiv nicht einer meiner Favoriten von Aquamenta. War aber bei mir auch damals schon bei dem Fanta Exotic so. Und da haben mich immer viele Leute gefragt an was für einer Geschmacksverirrung ich leide. Weil die den übertrieben geil fanden. Für mich war der Fanta Exotic nix. Den kann ich rauchen. Muss ich aber nicht unbedingt. Ist aber in Ordnung. Also den kann man definitiv mal eine Dose von rauchen. Gerade wenn man Bock auf Fanta Exotic hat. Als nächstes gucken wir uns den definitiv neuen Erdbeere an. Den Red Nebula. So wir gehen rein Red Nebula. Der neue Erdbeertabak von Aquamenta. Den Red Nebula bauen wir jetzt hier in dem Modell L von ATH. Auch ein sehr schöner Kopf. Das L steht übrigens nicht für Large, sondern für Lippe. By the way, die Dosen von Aquamenta sind etwas schwierig. Wenn ihr Tabak schnell verraucht, also sagen wir mal so innerhalb von einem Monat, dann sollte das kein Problem sein, wenn ihr den Tabak in den Dosen lasst. Dauert das bei euch länger? Würde ich euch empfehlen, den Tabak entweder in diesem Tütchen zu lassen, was da mit drin ist in der Dose. Oder den Tabak umzufüllen. Eins von beiden. Bisschen sauber machen. Und dann sieht das Ganze so aus. Schön kompakt. Jetzt ist natürlich die Sache, du hast ja hier diese Lippe. Und der HMD liegt sehr weit innen. Das heißt, du kannst auch dementsprechend nicht so hoch bauen. Red Nebula oder so. Wir haben ein bisschen geraucht. Ich zeige euch erst nochmal die Rauchentwicklung. Dann riechen wir dran. Dann machen wir den Geschmack wie eben immer in einem Review. Kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Definitiv. Okay, riechen wir mal dran. Also der Geruch ist krass. Der Geruch ist wirklich krass. Wenn man die Nase tief reinhält, hat der irgendwie sowas Chemisches. Aber nur, wenn man wirklich so richtig die Nase da reintunkt. Soll man eh nicht machen. Wenn du so ein bisschen die Luft zufächerst, riecht das wie ein Erdbeer-Shake. Aber nicht so eine krasse Shake-Note. Aber die Erdbeer-Note, die in Erdbeer-Shakes drin ist, ist die Note, die im Red Nebula ist. Okay, ich denke, das ist so verständlich. Da läuft einem auch direkt das Wasser im Wohnen zusammen. Geschmacklich. Geschmacklich geht es in eine ähnliche Richtung. Die Shake-Note ist noch ein bisschen mehr weg. Die Erdbeer-Note geht auch ein bisschen zurück. Er ist nicht überintensiv. Das passiert leider häufiger bei Erdbeer. Erdbeer ist nicht so ein krass dominanter Flavor. Das ist so ein bisschen wie bei dem Black Currant. Der schmeckt auch sehr lecker, aber nicht so übertrieben intensiv. Oder man könnte es sich noch intensiver vorstellen. Das Problem ist, es gibt intensivere Erdbeeren, aber die schmecken dann alle auch chemisch. Und das ist halt nicht so geil. Und der trifft einen sehr guten Spagat zwischen intensiv, aber nicht irgendwie chemisch schmecken. Ich muss sagen, pur, gut. Also garantiert in meiner Top 10 Aquamenta. Wahrscheinlich sogar in meiner Top 5 Aquamenta. Sehr guter Tabak. Er ist für mich aber eher ein Tabak, den ich mit reinmischen würde. Gestern kam die Dose. Ich habe direkt zwei Köpfe geraucht. Beide habe ich gemischt und beide Mischungen wurden definitiv geiler durch die Erdbeere mit drin. Und das war sehr nice. Also pur kann man den mal rauchen, aber gerade in Mischung ein sehr, sehr nicer Zusatz für den ein oder anderen Mix. Das ist mein erstes Fazit zu dem neuen Red Nebula und zu dem Fenix, der ja sozusagen neu rausgekommen ist. Oder in der Neuauflage nach TPD und so. Ja, soviel zu den zwei Sorten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne Daumen nach oben oder Abo dalassen. Und schaut auch gerne mal im Stream vorbei. Gabriel Daumen nach TPD! Untertitelung des ZDF, 2020